Banlist Time, schnell vom Duschen, einfach hier rein, let's go, Banlist Time. Ja Leute, anscheinend ist es soweit, Banlist Time is in the house. Und ich muss zugeben, man war verunsichert, ist das Fake, ist das nicht Fake, ist das nicht eine andere Liste? Weil, wie immer, die deutsche Seite hiegen hinterher. Aber Leute, neue Liste, ihr seht es hier, gültig vom 1.12., das ist bald, also es ist bald nice. Aber wir wollen sehen, was für eine Veränderung haben wir, denn wir haben ein T0-Format und da muss man natürlich was machen. Ich weiß nichts, ich habe keine Ahnung, ob die gut ist oder schlecht, wie viele Hits oder auch nicht. Wir werden es einfach sehen, wir gehen Stück für Stück durch, wie immer eine Live-Reaktion hier, denn auf Boss angelehnt muss das Ganze natürlich hier mal sein. So, wir gehen hier weiter und gucken dann einfach mal hier, was hier im Verboten ist, vor allem weiter, wir haben nicht mal angefangen. Jo, schneiden ist schwierig in einer Live-Reaktion, dementsprechend gehen wir jetzt hier langsam durch. Also ich, was erwarte ich? Ich kann es nicht mehr sagen, Tier-Ishizu ist natürlich schwer zu hitten. Man könnte jetzt alle Ishizu-Karten hitten oder man hittet einfach Tier-Elements per se. Dann ist die Ishizu-Engine zwar immer noch broken, aber man könnte jetzt sagen halt so, ja, okay, die lassen wir halt und packen die in Zukunft in andere Decks rein. Nicht mehr Tier-Ishizu, sondern halt dann, keine Ahnung, whatever, Ishizu. Aber wir werden es sehen und dementsprechend gucken wir das Ganze mal. Yay, auch das ist hier in Live-Zustand und es passiert nicht. Kurios. Well, maybe ein bisschen zu spät. Starke Karte, außer Frage. Spiegel-Starke Karte ist krass gewesen, gerade mit Tier-Elements zu Euros-Zeiten, also zur Europameisterschaft. Aber, ja, okay, wer bin ich, das zu judgen, dass wir ein bisschen hinterherhängen und das eben nachträglich machen. Egal, weiter geht. Also der Hit macht gar nichts, so, ne, es ist halt egal. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Aber ist interessant, ne? Links, es kommt immer mehr Link-Monster rauf. Immer mehr Link-Monster rauf. So, was haben wir hier? Chaos-Herrscher immer noch verboten. Äh, richtig. Ich hab schon von irgendwelchen Leuten gehört. Ja, Tier-Shizu ist ja so broken, da kann man die Chaos-Herrscher auch wieder erlauben lassen. Ja, genau. Wir powercreepen einfach alles weiter und egal. Äh, weiter geht's hier. So, okay. Also, Extra-Deck scheint hier nix zu sein. Ähm, ich bin übrigens keiner, der hier jetzt so liest von wegen... Oh ja, ooooh, mystische Miene verboten. Okay, und da muss ich ein Statement von meiner Seite aus sagen. Äh, mystische Miene. Aus meiner Sicht eine Karte, die unglaublich dumm und unglaublich broken ist. Ja, würde ich sofort unterstreichen. Die Karte ist wirklich dumm. Aber, ähm, wir haben gelernt, dazu zu lernen, die Karte existiert in der Meta. Es ist so, äh, sie gehört dazu, Konami hätte die Karte schon hundertmal bannen sollen. Es gab im OCG sogar Stores, die die Karte verboten hatten eine Zeit lang, weil die Karte zu blöd ist. Ähm, also von daher, man hätte das schon viel, 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 viel früher machen können. Hat man sich nicht entschieden. Dementsprechend dachte man, okay, man muss halt irgendwie ein Main-Out spielen. Beziehungsweise zumindest ein Side-Deck-In-Out haben. Es entwickelte sich aber immer mehr dahin, dass es eben wirklich, ähm, ja, dahin ging, dass du ein Main-Out brauchtest. Weil immer mehr Leute haben sie Main gespielt. Und, ähm, klar, Tier-Ishizu, ähm, kann Mystic-Main theoretisch eben, äh, gut outen. Nichtsdestotrotz, ähm, ist die Karte halt einfach blöd, ne? Und natürlich ist das per se eine sehr unfaire Karte. Von daher ist es vollkommen okay, dass die Karte eben jetzt verboten wurde. Aber, ähm, ja, man hatte sich dran gewöhnt. Es gehörte dazu. Ja, äh, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so aus meiner Sicht auch, dass wenn du Main in ein Deck etwas packen musst, nur wegen einer Karte. Wir reden nicht von einem Match-Up oder so. Nicht so von wegen, oh, ältlich existiert, hm, dann sollte ich was für Backroad drin haben. Nein, 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 so nicht. Sondern ich will nicht gegen Mystic-Main verlieren. Also muss ich ein Main-Out spielen. Ist halt schade. Man sollte das Deck halt nicht so bauen. Dementsprechend auf jeden Fall eben zu Recht, ne? Ja, ich glaube, damit ist die Liste, egal wie schlecht sie wird, selbst wenn Tier-Ishizu-Format jetzt weiter live bleiben sollte, ist das auf jeden Fall, ähm, ja, eine gute Liste, weil Mystic-Main wollten gefühlt alle weg haben. Ist also okay. Finde ich auch cool, ähm, ist jetzt für, für, äh, man muss ja bedenken, ne? Es gibt ja Master-Duel, Master-Duel ist ja Mystic-Main verboten. Da vermisst auch keiner die Karte. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, äh, ja, dass hier sie auch keiner vermissen wird. Egal, machen wir weiter. Weiter geht, weiter geht, weiter geht. Okay, ähm, nix verboten. Stellen wir uns vor, wir wollen Tier-Ishizu-Hitten. Hätte jetzt Kid-Kaloss verbieten können. Jetzt die Shizu-Karten, na gut, die Shizu-Karten limitieren. Okay. Okay. Die Field-Spell, okay, also wir haben, wir haben hier diverse Optionen, äh, was man hier machen kann. Ähm, also, ich hätte nämlich schon gedacht, dass das alles verboten wird noch, aber, vor allem, kurios. Okay, egal, wir machen weiter. Okay, was haben wir? Harold des Orangen-Lichts. Ja! Problemkarte erkannt, gehittet, let's go! Harold des Orangen-Lichts war so unfair in diesem Deck. Weißt du, es ist nicht, dass die irgendwie in deinem Zug spielen können. Es ist auch nicht so, dass die 5000 Karten limitieren können. Nein, Harold des Orangen-Lichts war das Problem. Dumm nur, dass das viele gar nicht gespielt haben. Ähm, ja, also komplett am Ziel vorbei. Ähm, ist stark mit Shizu. Ist aber auch ein Brick manchmal. Viele haben die gecuttet, weil es ein Brick war. Begründung war, Harold ist alleine nicht alive. Wenn, ist krass, aber brauchst du nicht zwingend. Dementsprechend, äh, ja, cutten wir den Harold, weil er halt eben auch alleine nix macht. Ähm, stark! Jetzt brauchst du nicht cutten, jetzt ist er halt generell einfach nicht im Deck. Okay, well. Äh, unnützer Hit. Also, verändert nix an Tiereschiessung. Weiter geht's. Also, das ist schon ein komplett unnötiger Hit. Also, komplett unnötiger Hit. Weiter geht's. Astro-Graf-Zauberer sehe ich hier noch. Ähm, Omega sehe ich hier. Ist auch ganz nett. Okay. Weiter, wir sind schon bei Zauberkarten, ne? Oh mein Gott. Nichts gehittet. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Nein. Ey, komm. Well. Nichts limitiert. Ich mein, wir haben das Problem erkannt und gewandt. Da kann jetzt halt nix mehr kommen. Kurios und Harold waren das Problem? Definitiv waren das die Problemkarten des Formats. Okay, Mystic-Mein, wie gesagt. Es ist eine gute Liste, weil Mystic-Mein. Okay, aber wir haben hier was anscheinend, was neu, äh, halt limitiert ist. Lol. Okay, Liedervögel. Ähm, well. Utopia, widerrufbar. Ähm, klar. Also, klar. Im Tier 0 format Mantos-Deck auch nix. Klar, ähm, kannst du, kannst du halt, äh, ja. Ist halt egal. Du mit Liedervögeln was baust oder, ähm, wieder Dings, äh, Liedervögel. Triple Gate juckt halt nicht. Ist halt nicht stark genug, ne? Die machen zu wenig. Die Elements macht halt viel mehr. Okay, ne? Verstehe ich von der Logik her. Aber, ja doch. Kann man ruhig machen. Ist okay, ist fein. Äh. Hä? Oh, oh. Oha! Oh, oh, oha! Okay, ähm, okay, okay. Äh, ja komm, wir mal. Oh, oh mein Gott. Okay. Da ist wirklich viel. Sternritter. Wartet. Entschuldigung. Sternenritter. Ich bin erlergeschrieben. Schlechte Ben-Listen. Ähm, Sternritter? Von 0 auf 3? Well. Okay. Äh, let's go. Ähm, kann man machen. Kann man? Ja, ne. Ich meine, jetzt haben wir dran. Infinity ist jetzt nicht mehr so strong. Ähm. I mean, it's okay. Dimensionsriss. Boah. Machen die das jetzt wirklich das? Makrokosmos auf 3? Machen die das jetzt wirklich? Machen die es so? Ja, also Tier Elements ist schon ein gutes Deck. Ja, ja. Wir können ja einfach den Herald und Kurios, ähm, hitten. Und dann machen wir einfach, weil die Decks immer noch keine Chance haben, Dimensionsriss auf 3 und Makrokosmos auf 3. Ich meine, wenn die anfangen und der Gegner vielleicht nicht mit, äh, Hafnis irgendwie gut trifft, äh, dann hat er ja, ähm, noch Makrokosmos, dass er Gegner nicht spielen kann oder was? Also, ich verstehe, also, okay. Okay, Tanky auf 3, äh, Triplicate, ey, let's, let's fetz, sag ich nur. Und, äh, Metaversum, klar, müsste gemein, war das Problem, äh, an sich dafür. Kann natürlich auf 3 zurück, okay. Ja, also, Makrokosmos Dimensionsriss gefällt mir jetzt nicht so, macht Anti-Decks stärker, ähm, Shifter, jeder hat Shifter. Okay, gegen Shifter gibt's nicht so viele Karten, wie gegen Dimensionsriss und Makrokosmos, fair enough. Ähm, kannst Lightning Storm haben, das da, äh, Twin Twister hast du nicht gesehen, gegen die Karten spielen ist okay. Ähm, ja, pff, äh, wird ja lustig, Anti-Deck, äh, is incoming. Äh, pff, aber, ja, also, äh, T-Elements ist jetzt nicht so das Problem, würde ich behaupten. Also, ich glaub, das Problem ist schon der Herald gewesen. Äh, Leute, da fehlen mir einfach die Worte. Pff, ja gut. Pff, also, ist halt wirklich bescheuert, also, kannst du nicht ausdenken, kannst du nicht ausdenken. Ja, okay, Zusammenfassung. Es ist eine gute Liste, weil Mystic Mine drauf ist. Aber wenn man das jetzt mal ausnimmt von Mystic Mine, es ist eine absolut miserable, äh, Liste, äh, es packt, äh, zu spät Probleme an, ähm, beziehungsweise gar keine Probleme. Ja, Herald, ja, krass, äh, das ist genauso mit Eva gewesen. Ich glaub, Eva ist da auf zwei gegangen, man hat nur noch einen gespielt, äh, okay, da wurde es verboten, das war richtig. Aber das ist noch so eine andere Thematik, weil Eva halt viel mehr gemacht hat fürs Deck, aber Herald war halt more, also, ist einfach halt more. Also, es ist halt nicht, dass das, das Deck krass gemacht hat, das Deck war an sich krass und Herald war halt einfach one option more, ist, okay, also, wie gesagt, und, ja, also, ich mein, mehr ist ja nicht passiert, ne, worüber wollen wir reden hier? Ja, Kurios, zu spät und, ja, jetzt halt irrelevant, aber ist gut, wirklich, finde ich wirklich gut, weil die Karte wird immer wieder ein Problem sein. Fair Nafalt, Mine halt gut, äh, Orang, useless, äh, juckt halt nicht. Äh, Liederfühl kann zurück wegen Powercreep, ähm, finde ich nett, finde ich nett, äh, wird sicherlich den einen oder anderen geben in einer Combo mal, wo das dann halt abused wird, ist okay, aber ist halt nur ein Kombi-Peace-Element dann, äh, ist am Ende dann halt, äh, nur ein, ja, Kombo-Element halt, wie gesagt, mehr. Der Missionsriss, Makro-Kosmos ist okay, kann man machen, man wird sehen, wie sich das etabliert, Tanky, well, let's go, es gibt halt kein Top-Deer-Deck, was die Karte spielt, vom Team aus, sondern Metaversum halt wegen Mystic Mind. Groß und Ganzen, wie gesagt, nochmal, letzte Zusammenfassung, gute Liste wegen Mystic Mind, schlechte Liste, weil insgesamt gar kein Problem angefasst wurde, ähm, Mine ist gerade auch nicht so sehr das Problem, dass Mine war, also, wirklich zu EM-Zeiten, Europameisterschaft, viel krasseres Problem, mit Beat, Cop und Mystic Mind, das war, also, ich, also, das Video wird komplett immer, äh, nicht mehr monetarisiert, wenn ich jetzt hier alles ausspreche, was, was das war, äh, dementsprechend, äh, ja, too late, too late, too late, too late, aber, ähm, ähm, ich will mich nicht beschweren, weil es ist eine Liste, weil ganz ehrlich, ich dachte wirklich, ähm, es kommt keine Liste mehr dieses Jahr, wir haben doch noch eine Liste bekommen, sie ist echt nur meh, also, ja, ey, Leute, Tier Shizu ist weiter, Top-Tier, ähm, willkommen im Tier-Null-Format, wird wohl so bleiben, ähm, neue Sets werden noch kommen, vielleicht wird nur ein oder andere Karte etabliert, vielleicht ist ein oder andere Deck in Zukunft noch eine Chance, aber, letzten Endes, äh, ja, es ist, wie es ist, Tier Shizu, lernt euch das Deck kennen, äh, oder holt es euch, es war ja immer so, ah, soll ich mir das holen, es wird Eve gebannt, äh, ne, Leute, es wird nicht gebannt, ähm, viel Spaß beim Spielen, das kann ich nur abschließend sagen, ähm, ich persönlich selber jetzt von der Liste, ich wiederhole mich hier ständig, aber ich muss nochmal sagen, ich finde die Liste, okay, ah, ich hab keinen erwartet, Musik mein gebannt, ist okay, wir, was haben wir erwartet, ganz ehrlich, was haben wir erwartet, äh, es war, es ist viel zu früh, um Shizu zu hitten, es war zu früh, ja, G-Levents hätte man hitten können, so ein bisschen Consistency-mäßig, aber, ja, gut, äh, gar nichts, äh, nehmen wir hin, wir müssen damit leben, das ist nämlich das, die vielen Leute regen sich einfach auf, wir müssen damit leben, und das ist es, also, Leute, wir spielen jetzt eben mit dieser Liste, ist okay, wir werden sehen, was ein Problem ist, wissen wir jetzt schon, aber egal, und dann wird die nächste Liste hoffentlich dann wenigstens die Probleme angehen, jetzt wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Abend, weil das Video kommt auf jeden Fall jetzt heute Abend online, ähm, und dann natürlich dann noch viel Spaß beim Duellieren, auch im Tier-Zero-Format. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.